Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen League of Legends, Code Gameplay. Auf moin im Kornual. Wir sind Lux und wahrscheinlich Doppelmitte wieder. Na egal, ich hoffe ich kriege ein paar Kills ab. Lux ist halt das Tollste, du hast halt diesen schönen Laser, ja. Lux hat die schlechteste Lachanimation im ganzen Spiel, die schrecklichste. So, es gibt zwei Möglichkeiten, wie man die Skillride-Folge macht am Anfang. Man kann, wenn man eher angriffsmäßig spielt, dann fängt man mit dem E an. Ich habe jetzt allerdings mit dem Q-Horn gefangen, das ist auch gar nicht so schlecht. Kann man die Gegner routen. Ich zeige das mal kurz vor gleich. Hopp, so. Geroutet. Und der nächste Outdoor-Attack macht dann halt extra Schaden. Ist halt ganz witzig. Thank you, sir. So, da haben wir jetzt spätestens das. Zack. Der Schild wird jetzt noch nicht geskillt. Ach du Scheiße, ich habe noch den Support-Dateil-Dingens drauf. Oh, ich habe gekillt. Na los, na los, na los, na los. Ein Level brauche ich noch. Ich brauche ein verdammtes Level noch. Eins. Okay, es geht auch ohne. Und der hier. Auch nicht irgendwie bei Betrieben oder so. Hopp. Okay. Und das, meine Damen und Herren, ist Lux in a Nutshell. Also das geht's... Der muss man nicht machen. Das ist alles. Viel schwieriger wird es, als Annie gegen Annie zu spielen. Na, ist wirklich so. Und... Top-Inted. Outdoor-Attack. Ehe dahinter gesetzt. Ehen. Kill. Man, Outdoor-Attack die doch. Ha. No Ulti-News, Alter. Easy. Oh, da ist eins Leona. Und eins Lux. Das heißt, zwei Kills. Möglicherweise. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Lauf, 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 lauf. Das. Oh, haha. Habt ihr gesehen? Die habe ich fast gewoneshottet. Also, die hat nicht fast gekriegt. Not even close, bitch. Lux zu spielen macht Spaß. Glaubt mir das. Easy. Ja. Aber es ist, wie gesagt, ein Bot-Game. Oh, Mann. Dann gehe ich da drüben nochmal hin. Oh, das ist aber schade. So, jetzt gibt es Bot-Farm. Jetzt geht's. Jo, Digga. Alles klar. Du bleibst hier. Wie scheiße muss das sein, wenn ich mit meinem Q, also meinem sekundären Damage-Spell, eine Lux fast One-Shotter? Ich one-shottet die alle fast. Also, wirklich. Dann nochmal eine Passive, Alter. Mit Stacks und so weiter. Das wird witzig. Oh, Mann. Das ist halt Lux. Huhu. Leona. Do you want to die again? Na gut. Dann lasse ich ihr den Kill. Oh, ähm. Woher? Wie? Wie zum Geier habe ich dort den Dabdellkill gekriegt? Easy. Ja, also ich habe einen Großteil der Kills abgegriffen. Ja. Es ist Lux, meine Damen und Herren. Was soll man dagegen machen? Die Kills?